Wolf, 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 Bamboo Björns Kiffs ins Rennen, der übrigens vorgestern in Paris seinen 31. Geburtstag feierte. Björns Kiffs ist in Schweden als Entertainer, ein Star und es gibt über ihn, so habe ich jedenfalls der Presse entnommen, sehr viele begeisterte Pressestimmen in Schweden. Das Lied wurde von Peter Himmelstrand geschrieben, wenn die Nacht kommt, dann kommen die Erinnerungen an dich. Und der Dirigent des letzten Beitrages hier im Concours Eurovision de la Chanson 1978 in Paris ist Bengt Palmers. Sorry we kept you waiting, but where's the top of the bill? Dagen und kvällarna Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020